Forrest, Horrest, Los, Forrest, Polorist, da werden wir auch gleich begrüßt. Moin moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier. Komm her, du, verpasse ich ne Sitznarbe, du, hüte Kuh, du. Schrei doch. So. Jetzt wird geaggert, gehobelt. Getötet. So weiter und so weiter. So. Was wir auf jeden Fall noch hierhin bauen werden. Das ist ein kleines Osterfeuerchen, damit wir die Hoden der Kannibalen grillen können. Damit wir bis Wochenende gut ausgesorgt sind. Dann brauchen wir keine Ostereier mehr suchen gehen. Oh, da sind auch welche Drecksäcke. Ey, ich bin hier. Hallo. Ihr seid hässlich. Und stinkt. So. Ich würde euch mal Hakel empfehlen. Und stinkt eure Arschritze nicht so bis hierher. So. Wupp. 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 So. Der ist schon mal durch. Und wenn wir unsere Festerung durch haben, versteigern den wir mal bei Ebay. Was haltet ihr davon? So. Oh. Die sind schon weg. Naja. Besser ist. Kommt aber nicht wieder. Ich bringe euch an. Ihr Kellogs muss nicht. So. Wupp. 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 Nächste Kastration. Oh. Ihr seid doch echt eine reine Belästigung. Wisst ihr das? Oh. Hä? Wo ist der denn jetzt? Hallo? Hallo? Oh. Oh. Komm her. Ich verpasst ihr. Oh. Du haust mich. Du haust mich, du treckst Ding. Oh. 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 Deine Mutter, Alter. Oh. Oh. Hat er Geld für. Hm. Hast du bei der Bank gearbeitet? Na 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 na. Die Forest Bank. So. Gut. Wupp. 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 Oh. Hier sind schwer durchplagen. Was steht denn jetzt? Ah, da. Du gehörst mir. So, meine Welt. Wupp. Wupp. Aber das stimmt. Das passt echt gut. Draußen. 16 Grad. Hier in der Hansestadt. Bei Forest. Hier bestimmt auch. 16 Grad. Steine habe ich auch genug. Ich habe zu viele Haar und Steine. Ich muss mal wieder zum Doktor. Schuss. Team. Schissel, missel, pimmel, dimmel. Und das Ding ist ab. So. Na, keine Kannibalen mehr. Wer soll es? Kriegt hier ne Eierkerze von mir. Mein Baum haut ab! Halt! Nein! Nein! Ich will nur noch was Ding auf, du Penner! Sorry. Ich habe manchmal schwäche Anfälle, dass ich erst nicht berücksichtige, dass der Bursche hier schon in Rente geht. Ne, 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 ne. Dafür ist der Arsch noch nicht zu faltig. Baum stammt ganz schön hier. So, da werden wir den Scheiß mal hier vervollständigen. Wupp, wupp. So! Buntstift und Zaun ist durch, vervollständigt. Keiner kommt hier rein, keiner kommt hier raus. Machen wir erstes. Nächste da unten noch Scheibenkleister. Leck mir doch den Rüssel. Ich hatte doch schon wieder Hunger, echt. Hier, frisst vergammelnde Lebensmittel. Schmeckt doch gut. Haha. Ja. Wie so ein Boxer. was ich gerade zwischen die Klöten kriege. Wupp. So. Hallo? Hä? Ah, hier. Sehr aufwendig. Ha, ha, ha. Ehrlich. Lachen die Hühner. Ah, wupp. So, wupp, wupp. Sehr gut. Das Design, das Aussehen mal ein bisschen erhöhen. Und die Erregung, die Erregung der Kannibalen erwecken. Aber übrigens, es gab gerade wieder ein neues Update. Jetzt gibt es schon mittlerweile Katapultfallen. Da kann man auf jeden Fall in Rüssel mit eindrücken. Ich habe da immer schon geguckt. Ich werde mal gleich mal so ein Ding sparen. Nichts halber hinstellen, aber erst mal ich werde mal gerne die Brücke hier vervollständigen. Damit wir auch, äh, flüchten können. Ne? Da ist schon wieder so ein... Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, ja. Hör! Hör doch hier. Falsche Richtung. Hallo. Hierbleiben. Ah, ja. Bist du scharf, oder was? Komm her. Monstership. Oh, du. Alter, du bist frech, ey. Weißt du das? Du bist zu frech. Ey, ich rassidier dich mal wieder. So. So, eine Arschritze. Und noch eine im Gesicht. So. Oh. Lurch. Lurch, party. Zerwabel. Oh. Du kommst doch hier. Ach, du kommst doch eh nicht weit. Wo sie... Was? Zauberlurchi, oder was? Ja, klar. Versteck dich mal, ey. Ach, 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 hau mal ab, du. Alter, so. Ich will deine Rüstung. Du schleimiges Sackgesicht. Äh, du... Jetzt... So, zuweibeln. Zuweibeln. Du, 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 du. Ah, da ist er noch. Alter, lass das doch nicht fallen, Mensch. Nicht. Mann, 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 jedes Mal. So. Takeshi, du kannst keine. Fast fertig. Ja. Wenn wir ja mit dem Ganzen fertig sind, da werden die Geißen sogar neidisch. Umso mehr ich jetzt an Holz spare, umso schöner meine Festung. Oh, kann ich sein. Mann. Blindlos. Äh. Äh, bleib hier, du. Ach, leck mich doch, echt. Ah, hier ist noch ein... Warum nehmen wir auch gleich mal mit? So. Wupp. Nee, da geh ich nicht runter. Ah, ah. Nee, nee. So. Sind wir ja auch schon fast durch, hier. Wui. Ach, schon wieder, ey. Sag mal. Ach, du. Hallo. Komm her. Ja. Du klingst wie so eine Kuh, der gerade der Kopf aus dem Arsch rauskommt. Was hast du verloren, mein Freund? Ja, was denn? Problem, ne? Du hast Mundgeruch! Oh, n Wiedel, cool! Mars! Und... Noch ne Cola! Ich hab grad ne Cola geklaut! Zu euch! Upsala! So! Noch was? Ich bräuchte jetzt mal Alkohol. Weil, dann kann ich euch die Eier weg... Ja! 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 Oh! Schrei doch, Madame! Wieso empfehle ich das mit ihm? Hihihi! Noch! Gut! Wenn wir mal ins Survival Handbuch gucken... Ach, das ist doch schon wieder so ein... Blöder... Pimmelgesicht! Ah! 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 Schmüllung! Ah! Komm her! Kastration! Ist aber kostenlos! Ah! 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 Habt ihr das gehört? Ich hab grad auf den Kopf gehauen... ...und er hat gepupst! So, ich mötte hier endlich mal eine Falle bauen! hier. Verdammte Rotzgur, okay. Da ist der Katapult. Cool, Stink. Ah, schon wieder. Soh mal. Ihr seid doch echt schwul hier. Ach, ne Tussi ist das auch noch. Sorry, aber für mich sieht es aus wie ne männliche Hure. Muss ich mal so betonen. Komm her. Christus, schön als OP von mir. Ja. Du verhaut dich gleich kaputt. Das geht nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich flüchten. Ich muss als Flüchtling. Ich flüchten. Lass mich in Ruhe. Ich hab auch keine Medizin mehr. Ich kotze ins Essen. Doch. So. Jetzt verpasst wir euch ne Sitznabel, ihr Schlampis. Komm her. Jetzt mach ich Spaghetti, so soll ich. Haut ihr mein Ding da kaputt. Boah, da sind wir doch mal mehrere hier, Alter. Was ist denn hier los, ey? Dreifacher Blattschuss oder was? Bist du denn? Ey. Ja. Schau, bleib liegen. Schlaf gut. Alter, was ist denn los hier? Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Moment, Moment. Ich hab ja... Kein Alkohol. Verdammte Scheiße. Ich bin Alkoholiker. Ich hab keinen Alkohol da. Ja, ich liebe das, äh... Alkohol von den Brandpfeilen zu lutschen. Melu. Kauß von mir. Was in... Schnauze. Der kriegt mich nicht. Alter, bleib doch mal stehen. Ey. Ah. Ja. Ja. Nicht mit mir. Läch doch nicht mit so handeln. So. Damit du auch gleich liegen bleiben kannst. Du hässletten Sau. Was willst du denn da oben? Komm her. Was ist los? Komm her, du Großmaul. Hackmache aus dir, du. Komm her. Ja, ah. Willst du runterfallen? Ist doch gut. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. 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 Ach, Schnauze. Heiliger Hosenpups. Verpiss sie. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Du hast das Maul nix dahinter, wa? Alter. Verschwindel. Echt? Ist das hier voller Möchtegern-Rambus, ja? Na, komm noch rein. Ja. Ja. Komm her. Oh. Ja. Oh. Wie süß. Das ist... Oh. Zeitluppel, oder was? Oh. Oh. Komm, los. Komm. Tick, du bist. Komm. Komm her. Wie. Wie. Ich komme gerade aus dem Männerhaut. Und tschüss. So. Ich hoffe, hier ist es genug. Hm. Pissl, missl. Arsch mit Ohren. Oh. Schwiermedikamente. Schwiermedikamente. Na gut. Dann machen wir an dieser Stelle hier mal einen Aufnahmestopp. Und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge, ihr Lieben. Dranbleiben. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.